Herzlich Willkommen! Welcome to Misaki's Channel! Welcome to Misaki's Channel! Heute habe ich eine Probe in Wien. Am kommenden Sonntag habe ich eine Vorstellung in Wien, in Otto-Wagner-Villa und jetzt gehe ich zur Probe. Ich habe heute so einen Stress gehabt und habe mich wirklich sehr schnell geduscht und geschminkt und alles fertig und schnell eingezungen. Und ich fahre jetzt zum Otto-Wagner-Villa. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich war noch nie dort beim Ernst-Fuchs-Museum. So, let's go! Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Ich habe heute ein paar Wochen. Es ist sehr schön. Ich bin schon sehr schön. Ich bin schon sehr schön. Ich bin schon sehr schön. Ah, sie sind! Ich bin schon sehr schön. Ich bin schon sehr schön. Sie sind schon sehr schön. Hier ist Otto-Wagner-Villa. Wow, so schön. Oh, so schön. Wie ich hinunterkam, ging Klink auf mich zu und sagte leise, das Alma, meine Alma. Alla, meine Frau, von heißem Gehltzen, in der Löhne des Lohen sonnend. und Wer wird das Herz? Und so wird der Liebe gerust von Ewigkeit So wird der Liebe gerust von Ewigkeit Und wer wird der Kamm nicht weh In warme Bäume Sonnig wird dein Zahme weh Und wer schlitt ihn da mit Lehn Und wer wird mein junges Mann zum Meer Liebst du Schänze Und nicht wie Schnee Liebst du Schänze Und wer wird dein Zahme weh 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 Ich will mich nicht sie Und wer wird dein Zahme weh Und wer wird dein Zahme weh Wie war die Probe? Schön. Gut? Super, ne? So schaut die Vela aus. Wahnsinn. Es ist wirklich wunderschön. Wunderschön Jugendstil. Also es ist richtig senswelt. Wunderschön Jugendstil. Wunderschön Jugendstil. Wunderschön Jugendstil. Säme Jugendstil. Ja. So. 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 So.